von Klingelton sehr toll die Töte der Hälfte oh Mann das war eben gesagt wurde das was eben gesagt wurde kann auch mal geholt werden Punkt Punkt werden Punkt war gerade Wasserbad holen sei froh dass sie hier links erlaubt sind sei froh dass ich Mobotnüsse eingeschätzt habe sonst hätte ich jetzt gebannt glaube ich ja doch du bist ja nicht als Regel eingeschrieben muss ich noch machen von von wo denn an von was für Anmeldung und wo oder wie oder was oder was weil ich war nämlich eben kurz auch nochmal weg wegen Telefon ja was war ich jetzt ich war drunter das Einrohr einmachen hin und wieder so ich glaube in ein paar Stunden bin ich dann auch endlich mal da was für ein hin und wieder was für ein hin und wieder was für ein hin und wieder ich hab ich hab voll vergessen was ich gesagt habe das ist mir nicht übel nehmen du kennst mich das ich gern mal vergesse was ich sag vor allem die so älterst du doch jetzt auch noch nicht oder da ja aber ich hab ein schlechtes Kostzeitgedächtnis das weiß ich selber wegen der Anmelde 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 der Gung ach so ja also und was hast du das nicht gehört das Telefon ich hab nur irgendwas von Anmeldung gehört also das Telefon hört man gar nicht okay gut also ähm unten in der Video Beschreibung ist eine Video Beschreibung ich sehe auch schon wie YouTube in der Stream Beschreibung ist doch ein Link unter wenn der Stream leckt oder ähnliches oder so ähnlich heißt der und wenn du da drauf gehst läuft's läuft's ja bei dem bei dem meisten besser bei dir ähm hattest du das Problem dass du da nicht mal angemeldet warst und das das der Chat nicht funktioniert hat Roaster ich weiß nicht ob es jetzt funktioniert wo du dich angemeldet hast und kannst du es ja mal testen in deinem Tab und das wenn du Lust hast weil bei den meisten läuft der Streamer meistens besser weil der halt nicht so der geht ja nicht direkt über Twitch ne Korax oder wie du mir das erklärt hast richtig von daher läuft das meistens besser nicht immer es kann auch sein ja nicht immer natürlich ja es kann aber sein dass es besser läuft kommt natürlich auch auf den einzelnen an und auf Twitch ob sie Bock haben Alter was ist das hier und wenn der jetzt Oh Creeper Creeper total überfordert ist dann bringt der Link auch nix mehr den Boika erstellt hab Creeper 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 Oh Alter Entschuldigung dass ich jetzt so also ich muss ich muss in welche Richtung muss ich jetzt graben Hä Coaxi ist ne Farm Welche Farm Hier ist ne Hier ist ne Das gehört doch bestimmt irgendjemanden Hier ist ne Farm mit äh mit Rosenklettern und ne Workbench Wo komm ich denn da Wo komm ich denn hier raus Hier ist nix Hier ist ne Tür und hier ist nichts fiert Wo bist du? Ach das ist da Ja das ist äh Mithos Haus Wie bist du da reinkommen? Über Hier Über 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 Hier drüber War ja hier in dem Gang Also warte Ne ich bin hier falsch Ach verdammt Ich und Orientierung Das hab ich mich total verlaufen Aber du hast nicht aus Versehen reingrauben oder? Nein da ist ein Loch im Gang von Tommy Und das wollte ich zu machen Und da bin ich weiter gelaufen Und äh ja Da bin ich halt hier gelandet Wo bin ich denn jetzt nochmal lang? Hier Ja aber das Loch ist wieder zu oder? Äh ich konnte dir sagen wo der Ausgang ist Äh 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 Nein hier ist die Mine Ja Äh Äh Ich bin grad verwirrt Wo gehst du nochmal raus? Äh warte äh Wuster was geschickt Problem war das Feld für Anmeldungen nach ersten Versuch weiß blieb Bei Registrierung verschwand einiges von den Feldern Bei Internet Explorer funktioniert es jetzt direkt bei Twitch Achso Okay Ja ich hab keine Ahnung warum das Video nicht funktioniert hat Bei mir hat es nämlich ja damals auch funktioniert Ach ne Bin ich hier Äh Ne hä Wo bin ich denn hier raus reingekommen Ne Das war ja die Tür Vielleicht da Ah Ja Ja Genau Aua Genau hier Hier ist nämlich das Loch Ja Weil das Da wollt ihr aber jetzt im gesamten Loch zu machen Ja Da mach ich das aber nur Hier die Hier das zu Bist du raus wieder oder? Ne ne ich äh Ich geh zum richtigen Ausgang raus Dann sperre ich dich eben mal ein So Also ein Spezett kaputt Na super Es war eigentlich nur äh Cobblestone Aber naja Was sie eben halt jetzt den Weg machen So Ja also oh da hängt hier noch Also Ähm Ähm Leckt Weil was ich fragen wollte Leckt das Spiel im Stream auch so Weil bei OBS Leckt das Spiel irgendwie Kann natürlich sein dass es wegen der niedrigen FPS ist Sieht aus Es würde das Spiel ruckeln Ruckelt das auch im Stream oder ist das ganze mal für sich Größer Jetzt wo du da warst Kann ich dich ja mal fragen Das wird mir nämlich schon seit längerem auf Dass das irgendwie So komisch ist Keine Ahnung was das ist Aber es nimmt das auch nicht alles auf Habe ich ja erst letztens gemerkt So Schau mal wo ich hin muss Da muss ich auf Minus Was Was letztens Ähm Korax wollte ich ja dieses Despair aufnehmen Dieses Trash Horror Spiel Ja Im Stream Und das hat ja nicht funktioniert Weil der Blöde OBS meinte Nö das nehme ich halt auf Nö nö Bin ich meine Bitch Da 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 Weiß das Telefon hört man nicht das Mikro aber solchen blödes Grube hört man Schau mal Da muss ich auf Minus Also Ganz leichter in die Richtung Ganz leicht die Rucke Ganz leicht die Rucke Das liegt aber nicht an mir oder Korax Wenn es ganz recht Wenn es ganz leicht die Rucke im Stream gibt liegt das an mir an mir oder Nö Da kannst du nichts dafür Da gehts ins Minus Okay ich muss jetzt da und dann links Äh Okay Also ich grabe mir jetzt auf Minus 750 So Ich kann das zu machen So Ach ja Im Bahnhof das reparier ich dann später Obwohl das könnt ihr ja gleich machen Die hab ich allerdings auch in der Mitteilung Moin Blackshaw Hallo Ähm Da ihr zu zweiter Seite Wollt ihr Songrequests machen? Wenn das bei euch funktioniert heißt das Wenn das bei euch funktioniert heißt das Dann mach ich den nämlich jetzt an Wenn ihr den an wollt Ja Ja Sagt einfach nur wenn ihr Songrequests haben wollt bei so einem Spiel ist das ja Das ist ja in Ordnung Dann passt das ja Dann passt das ja Irgendwie Quests 700 Dann mach ich den nämlich schnell an Im Mobot Also das mit dem Rucklein das scheint ein normales Problem zu sein Irgendwie Keine Ahnung Was das wohl sagt Witzbold Warum Witzbold? Was denn Hast du schon das böses angestellt? Croax Ne also nicht dass ich wüsste Außer es ist eine Anspielung auf das guten Morgen So Moin Ich kenn eh keine Ich brauch's nicht weil Croax hat die Was Bei Croax habe ich die Lecks aber nicht Der nimmt aber auch mit X-Bit auf Kann natürlich sein dass es daran liegt weil er mit X-Bit aufnimmt Bei OBS das vielleicht nicht so gut hinbekommt Es kann ja sein dass bei mir einfach alles allgemein mehr Leistung hat als bei dir Warum ich hab keinen schlechten PC mein Freund Das weißt du Du weißt dass ich keinen schlechten PC hab Ah ja genau also er spielt auf das guten Morgen an Wie gesagt ich muss jetzt da mal ganz kurz Ich schau mal schnell auf die Map Damit ich weiß wie ich da mein Tunnel graben muss mein nächsten Ehm Moin Yumi hallo Soll ich die Map wieder im Stream zeigen? Wie sieht wie im Moment ausschaut? Ich frag mich mal ob er Skype kommen will Boah das hängt denn das aus und es wieder rum Das ist halt wie das Schwimmigkeitsfest aber auch nicht Ähm Zumachen Ähm Mikro Also Mikro jetzt mal so Ah ja stimmt ja Da hat kein Mikro Das vergesse ich mich Oh da hat sich aber jemand Ehm Bisschen rüber graben da Jetzt muss ich mal mal Deckis Brücke auch schauen Wow So Ich bin der Einzige der immer von uns kein Dach hat Wieviel hab ich denn nach wieviel? Ach ja genug Stein Denk ich mal Jetzt pass mal auf ähm Damit ihr das auch alles schön seht Mach ich dann extra noch mal ein Capture Schade dass bei Rooster das äh Multi Twitch nicht funktioniert Ähm Blackjaw willst du Multi Twitch nutzen? Dann ähm poste ich einen Link nochmal eben kurz rein Für dich Weil Croax ist nämlich auch gerade am Stream Ja äh Lang oder? Ja Was lang? Die Brücke vom Decki Ich zeig das mal kurz so im Stream Alter ist das Alter ist das hier viel Kohle grad Kohle 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 Weiß nicht woher das kommt das Kohle 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 Also das ist äh ja Hab den Link noch oben Ah gut Und links und rechts und rechts Und links und so So Achja Leute äh das wird übrigens das ist was so sagen der Normale Stream weil Heute Abend stream ich nicht Weil nämlich dann Du streamst halt auch nicht Warum? Na weil 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 Azorion das streamt Da wird doch du Kubehugen spiel und das Hey ihr macht's mich voll fertig Echt? Warum? Nerex kann nicht streamen weil der Computer kaputt ist Du streamst nicht Du streamst nicht Guck doch bei Du streamst heute auch nicht Guck doch bei Azorion Ja aber du weißt doch dass ich nicht jeden mag Ja aber der wird sich wahrscheinlich bei Toodomoon anders verhalten als bei Pokemon oder so Weil Toodomoon ist ein viel ruhigeres Spiel Er kann ja nicht so abspacken Also von daher Da kriegst du auch mal einen Eindruck von Toodomoon wenn du das mal selber spielen willst Das Spiel ist wirklich wirklich richtig richtig schön Jetzt gibt's erstmal ein Bier hier Bleibt ja nicht bei dem Strich in der Landschaft Genau von Gronkh Von Gronkh Von das Kohle 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 Das sagt dann erstmal Skype-Kratsch Bleibt bei einem Strich Yumi Das bleibt definitiv bei einem Strich Das ist ja nur die Brücke zuhause Spinnen bin nicht zuhause Achso das war die Minecraft-Konfi irgendeiner Tommi schreibt keiner zuhause Kitty schreibt ihn nicht zuhause Ja Ja wahrscheinlich wegen Anrufen und nicht auflegen oder so Ja Ja Promisding Ähm genau ich wollte schauen wo ich hin muss Und zwar Da Mhhh Blackshaw Ich würd's eher noch mehr ein bisschen Richtung Spiel betiteln Toodomoon weil Er sagt dafür immer noch zu Play als das wirklich eine richtige Vision Noble wäre Weil du hast ja immer noch die Rätsel Das ist ja Das Rätsel ist immer diese Du hast immer noch diese diese Ähm diese Oder halt die Mementos aufdecken musst Diese Rätsel in den Funkstrichen Das ist zwar ganz wenig Gameplay Aber Denke verposten Ah ok Askoas kann sich beruhigen Kommende Woche gibt's wieder Erziehungsmaßnahmen Hä Was Keine Ahnung was er da gerade meint schon wieder Das musst du dran gewöhnen der Lapet immer so ein Bullshit Dich Nein Wir Nicht du Sondern sondern Rooster 750 Schlecht 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 Ach da Dann geradeaus da rüber Warte mal 750 Ja das ist mehr oder weniger genau da wo Dekki aufführt Also wie gesagt das Vision novels die definiere ich dadurch dass du halt wirklich nur du hast bei Tutu Mu noch nicht mal eine Entscheidungsmöglichkeit hinzufolge wäre es ein Kinetic novel Also Kinetic novels sind ja eigentlich Vision novels die keine Entscheidungsmöglichkeit haben Von daher Möglicherweise Du hast fast keine Entscheidungsmöglichkeit Du hast ja nur eine einzige Entscheidungsmöglichkeit Also zwei Stück eigentlich nur die noch nicht mal die Story beeinflussen so sehr Also es ist an sich eigentlich mehr ein Kinetic novel als ein Visual novel Und dafür hat es immer noch viel zu viel Gameplay Ich erwebe diesen Geist Geist Geist